Herzlich Willkommen zum nächsten Video. Heute geht es um die Frage, wie findet man Mitspieler, wo findet man Mitspieler. Da ist auch ein Kommentar zu gewesen unter dem letzten Video von mir über Dungeons & Dragons, wie man das eigentlich spielt, so mit Skills und Proficiency und so. Könnt ihr euch nochmal angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Genau, heute geht es darum, wie finde ich Mitspieler. Also, ja, ich bin jetzt angefixt, ich möchte Dungeons & Dragons spielen, aber wie komme ich denn eigentlich dazu? Ich habe hier jetzt keine Leute, die das irgendwie spielen, wo ich einfach mit rein könnte oder so, aber vertraut mir, es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten. Und davon möchte ich jetzt mal ein paar durchgehen. Okay, als erstes, das was ich am ehesten erstmal empfehlen würde, ja was heißt empfehlen, es sind alles irgendwie gute Möglichkeiten, ähm, aber das, ähm, was, was für mich damals das naheliegendste war, war, waren meine Freunde. Ich habe ziemlich früh angefangen, ähm, mit denen, also, ich habe halt durch meinen Vater, irgendwann bin ich auf das schwarze Auge gekommen und dann habe ich meine Freunde dazu überredet, dass die doch mal mitspielen wollen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser. Das war alles noch nicht so super besonders oder so richtig, er hat das dann ja später angefangen. Aber eben habe ich dadurch schon mal so ein paar meiner engsten Freunde, die hatten dann schon so ein bisschen Erfahrung mit Pen & Paper. Ist, muss aber nicht so sein. Also, was habe ich gemacht? Ich habe nachgedacht, so, ja, der, der, die und so, die, 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 die haben vielleicht Lust, das Ganze mal auszuprobieren und ich war halt super gehypt. Ich habe, habe da Critical Role für mich entdeckt, ich habe gesehen, wie Leute Dungeons & Dragons spielen, was da alles möglich ist und so und dachte, so, das willst du jetzt auch wieder machen, das willst du jetzt richtig aktiv machen, das ist was Besonderes, was dir gefällt. Also, erstelle ich eine WhatsApp-Gruppe mit den Freunden und sage, hey, lasst uns doch da treffen, da waren gerade Ferien, ähm, wir erstellen uns Charaktere und spielen dann zusammen mal los. Ich mache den Spielleiter, wir gucken, wie es läuft. Das ist eine Möglichkeit, die ihr auch angehen könnt. Fragt einfach eure Freunde, selbst wenn die und noch nichts mit Pen & Paper oder Dungeons & Dragons am Hut haben und gar nicht richtig eine Ahnung davon haben, was das ist und auch ihr selbst noch gar nicht viel wisst. Das ist egal. Ähm, fragt eure Freunde, ob die Lust hätten, das mal auszuprobieren. Denn ich kann euch versichern, welche meiner Freunde, die jetzt in meiner Kampagne sind, die, wir spielen jetzt schon über mehrere Jahre, ähm, haben das am Anfang nicht gekannt und sind jetzt große Fans geworden. Also, so könntet ihr euch versuchen, eure eigene Spielergruppe zu erstellen. Ähm, das ist natürlich immer die Frage, wer macht den Meister, ähm, es ist auch oft, es gibt mehr Spieler oder beziehungsweise Leute, die spielen wollen, als Leute, die meistern wollen. Die gibt's auch, aber das ist ein kleinerer Prozentsatz. Das kann ja auch eine kleinere Anzahl sein, weil eben ein Spielleiter für mehrere Spieler reicht. Aber, ähm, ja, das ist so. Und dadurch kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt, zu den Online-Foren. Da möchte ich erstmal allgemeiner sagen, es gibt so eine, hier, Spielerzentrale zum Beispiel, ähm, gibt's im Internet, wo man deutsche Spieler eingetragen sieht. Das sind aber alles schon so sehr alte Einträge und ich hab das noch nicht selbst probiert. Und ich weiß nicht, wie, wie gut das funktioniert, wenn man danach sucht. Aber das gibt's eben. Dann gibt's da noch so ein anderes Forum, das blende ich jetzt auch mal ein. Ähm, da kann man auch gucken. Da gibt's auch regelmäßig neue Einträge. Da kann man auch diskutieren mit anderen DMs und so. Da kann man auf jeden Fall auch Spieler finden. Ob man da jetzt irgendwie, ähm, einen Thread beantwortet von wegen, ja, ich möchte gern mitspielen. Ähm, oder eben man selbst einen erstellt und dann auf Antworten wartet und sich so eine eigene Spielergruppe... ...zusammenstellt. Und was ich am besten empfehlen kann, wo man wirklich dazu kommen kann, regelmäßig Dungeons & Dragons zu spielen, ist Roll20. Roll20 ist eine Internetseite, über die man eben Dungeons & Dragons spielt. Da werden am Tag hunderte Spiele abgehalten. Ähm, ja. Und, ähm, das meiste ist auf Englisch, es gibt aber auch Sachen auf Französisch und so und ab und zu auch auf Deutsch. Ähm, ab und zu, aber nur in dem Belang, dass, äh, so richtig so eine Long-Running-Kampagne gespielt wird. Ähm, es gibt ein Adventure... die Adventures League. Adventures League ist, ähm, ein Format, wo man quasi sich... seinen Charakter hat. Und damit spawnt man dann quasi immer in irgendwelchen Abenteuern, kriegt dann Erfahrungspunkte und so. Es ist immer dann, also oft mit einem neuen DM und so. Und da wird wirklich jeden Tag irgendwie was angeboten. Ähm, wenn ihr da in dieser Gruppe seid auf Roll20, kriegt ihr da immer Mitteilungen für. Muss man sich ein bisschen reinlesen in das Regelwerk und so. Aber so könnte man theoretisch viel Dungeons & Dragons spielen. Ich persönlich finde es besser, an einem Tisch zu sitzen und die Spieler zu sehen. Aber wenn das nicht geht, dann geht's nicht. Und man möchte einfach Dungeons & Dragons spielen. Dann ist Roll20 eine coole Idee. Wie gesagt, ab und zu gibt's wirklich deutsche, ähm, neue Gruppen, die erstellt werden. Da muss man einfach immer mal wieder gucken. Ähm, und sonst vielleicht mal einen englischsprachigen Game join. Ähm, sich einfach dafür bewerben. Es gibt immer viele Bewerbungen, man muss also... Ähm, aber mit der Zeit wird man auf jeden Fall angenommen. Und da, wie fast jedes Abenteuer, was angeboten wird, ähm, heißt neue Spieler willkommen. Und die Dungeons & Dragons Community ist gut. Die Leute lieben dieses Spiel, die haben eine Leidenschaft für das Spiel. Und sie haben alle irgendwann mal angefangen. Also scheut euch nicht, äh, erfahrenere Spieler irgendwas zu fragen. Genauso wie es jetzt hier in den Kommentaren gemacht wurde. Ähm, ja, das war's schon. Und das sind so die, ähm, Ideen, die ich euch da mitgeben kann, was Spielersuche angeht. Beziehungsweise DM-Suche oder so. Ähm, ich hoffe, eine dieser Methoden kann, ähm, ist hilfreich für euch. Fragt einfach rum, es findet sich was. Und sonst macht eine eigene Gruppe. Und wer weiß, was sich daraus entwickelt. Gut, das möchte ich euch mitgeben. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.